Hallöchen und herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Armerama Crew ja Willkommen zum Event Fazit zum Wildtierwunder einem Zucht Event und ich würde sagen wir gehen direkt zum Event und schauen uns das ganze mal an ja es ist aufgebaut wie das damalige Bärenzucht Event nur hier war sie eben so man musste verschiedene Tierarten züchten zum Beispiel Amphibien Reptilien Säugetiere und so weiter und hier sehen wir ja an jedem Gebäude hier sind Säugetiere ich weiß gar nicht wie hieß die Insekten ne ich weiß gar nicht unter was die Bienen waren Reptilien gibt es auf jeden Fall Amphibien dann die Gliederfüße genau unter Gliederfüße sind die Bienen drin dann das Vogelabzeichen Fische und zu guter Letztem natürlich eben noch die Säugetiere und ja man hat eben ab und zu jeweils immer 25 von diesen Lizenzen oder Abzeichen abgeben müssen und zwischendrin auch noch Moospenny Gegenwert eine bestimmte Anzahl erreichen damit man dann eben schöne Belohnung bekommen hat ich habe das Event tatsächlich nicht komplett durchgespielt der Grund ist ich habe die Ranke und es gibt nicht mehr allzu viel mega geiles okay hier wird es 10 Setzlinge geben ja okay das ist ein richtig geiler Preis hier diese 10 Großfarmers Boxen aber da spare ich spare ich mir ehrlich gesagt meine Tulp meine Tulp gut genau meine Superfutter denn es kommt ja bald wieder ein Zucht Event und ja bei diesem Zucht Event hat man was richtig geiles bekommen insgesamt hat man zwei davon bekommen nämlich diese gesunde Nascherei und das bringt einfach mal für sechs Stunden 1000 prozent mehr EP auf Zuchtstellen und man bekommt pro Zucht 50 EP ja das heißt das sind 50.000 EP pro Zucht wenn man das jetzt wenn man jetzt 100 züchtet und man kriegt jeweils 50.000 hola die Waldfee da kommt einiges zusammen ja ähm natürlich gab es einen Event-Sicker und ich will zeigen den schauen wir uns direkt an so habe ich natürlich noch nicht raus nicht tun wir schnell was weg so das ist nämlich dieser hier und der muss ich echt sagen bombastisch dieser Gorilla gefällt mir auch generell sehr sehr gut sehr gut designt ähm des weiteren gab es natürlich noch ähm Items sowie eine Wunderranke und die Wunderranke die ist echt richtig geil ähm sie bringt nämlich alle 20 Stunden das heißt wir können sie täglich ernten 16.000 EP sowie Tropen EP und 3 Tierfutterbox 3 Tierfutterbox und die dauert nur 20 Stunden das ist eine geile Ranke und es hat auch 4 items dazu gegeben nämlich einmal hier sanfte Landung gefällt mir auch richtig gut mit dem Gorilla und dem Tukan ja das ist eigentlich das erste Item mit dem Tukan außer natürlich das Haustier hier das ist natürlich mein Favorit von allen 4 nämlich Reißzahnpflege ja ich habe selber ein Aquarium jetzt habe ich auch eins auf der Farm das ist doch geil äh hier ja der Rückenschrubber und hier noch freche Kröten ja die letzte 2 finde ich auch mega geil aber da sind 1 und 2 deutlich besser aber das ist natürlich Geschmackssache ja und ich würde sagen kommen wir einfach direkt zur Bewertung dem Event auch vorgebe ich eine 9 weil das Event gab es genauso nur dass es 2 Runden waren und bei dem sind es jetzt 3 das ist einfach genauso aufgebaut ja da hätte man ruhig was Neues machen können Event Design ja da muss ich nichts dazu sagen 10 Punkte das ist bombastisch dann Event Sticker 9 Punkte die sanfte Landung 10 Punkte Reißzahnpflege wie gesagt mein Favorit 10 Punkte dann der Rückenschrubber 9 Punkte und freche Kröten 9 Punkte aus dem Grund es gab es schon mal so ein ähnliches Item bei diesem Melonen Event und dann die Nebenpreise ja die waren heftig 10 Punkte und die Wolkenreihe habe ich ja auch gleich gesagt das ist eine richtig geile Ranke 10 von 10 Punkten ja da sind wir dann bei einer Gesamtpunktzahl von 86 Punkten von 90 möglichen Punkten und das ist natürlich eine Note 1 ja ihr könnt ja jetzt mal gerne eure Meinung zum Event in die Kommentare schreiben dann ich bedanke mich fürs zuschauen und bis zum nächsten Mal ciao